Am Campus der Handelsakademie und Handelsschule Stegersbach stehen in der wirtschaftlichen Ausbildung auch freiwillige Zusatzmodule im Sport wie Fußball und Volleyball zur Verfügung. Egal welchen Beruf ihr in Zukunft wählt, eine gute wirtschaftliche Ausbildung ist die Grundlage für ein erfolgreiches Leben. Auch wenn ihr in Studien wechseln wollt, jede Studienrichtung steht euch offen. Ich sage euch nicht, dass es einfach wird, ich sage euch aber, dass es sich lohnt. Die Wirtschaft begegnet uns in allen Bereichen des Lebens. Da ich während meiner Schulzeit ein Auslandsjahr in den USA verbracht habe, habe ich einen super Einblick darin enthalten, wie wirtschaftliche Prozesse in anderen Ländern ablaufen und wie sich kulturelle Aspekte unterscheiden. Unsere Gesellschaft braucht junge Menschen, die die Herausforderungen des Lebens mit Begeisterung annehmen. Dazu gehört unter anderem der souveräne Umgang mit Sprache. In Startup lernen wir innovativ und fächerübergreifend zu denken. In Startup suchst du in Planspielen nach kreativen Lösungen, kreierst Werbekonzepte und entwickelst Prototypen. Glaub an dich selbst, sei mutig, vertraue deine Stärken, erlaube dir Schwächen. Verkaufe jederzeit und überall. Das Internet kennt keine Grenzen. In Hush Online erlernen wir den Lehrberuf E-Commerce. Dadurch können wir zum Beispiel erfolgreich einen Online-Shop und ein Social-Media-Profil aufbauen. Hush Online ist ein zukunftsorientierter und praxisnaher Unterricht.